Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Skylim hat ein neues Lumina rausgebracht und zwar Lumina in der Version Lumina AI 1.4. Und in diesem neuen Update gibt es eine neue Funktion, einen neuen Filter und zwar Portrait mit Bokeh AI. Den wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß, dass meine Kollegen schon ein bisschen schneller waren und das alles schon mit der Beta-Version gemacht haben. Ich wollte die finale Version abwarten und das Ganze ein bisschen ausgiebiger testen. Das werden wir heute mit euch gemeinsam tun und ich hoffe, ihr habt dabei eine Menge Spaß. Los geht's! Ich bin drin im neuen Lumina. Ja, es hat sich vom Aussehen her eigentlich überhaupt nichts verändert. Wenn wir jetzt hier mal raufschauen, das ist jetzt die Version 1.4. Also die habe ich mir jetzt heruntergeladen und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Ich habe mir hier mal verschiedene Bilder rausgesucht. Einmal so klassische Aufnahmen, so Oberkörperaufnahmen, wo man auch schon einen relativ unscharfen Hintergrund hat. Ich denke mal, dort funktioniert diese Methode relativ einfach. Und dann habe ich mir aber auch mal solche Bilder hier rausgesucht. Zum Beispiel so Radrennfahrer. Und ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen schwieriger wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Lasst uns einfach mal anfangen. Ich denke mal, wir fangen mit etwas Klassischem an, wo es, denke ich, auf jeden Fall funktionieren wird. Hier so ein typisches Hochzeitsbild. Jetzt gehe ich hier mal auf Bearbeiten. Wir können ja als erstes mal hier so ein bisschen mit dem Enhance-Filter noch arbeiten. Das ist jetzt hier nämlich einfach eine RAW-Datei, komplett unbearbeitet. Also man sieht auch hier, von den Farben müsste man noch ein bisschen was machen. Aber darum soll es überhaupt nicht gehen. Sondern wir gehen mal direkt runter jetzt in Portrait. Und hier gibt es jetzt diesen neuen Filter Portrait mit Bokeh AI. Und da gehe ich jetzt einfach mal drauf. Und man sieht jetzt hier schon, dass wir hier eine ganze Menge an Reglern haben, die wir hier noch einstellen können. Als erstes, um das überhaupt mal zu aktivieren, muss ich hier die Menge einstellen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mal hochdrehe, dann wird dieser Effekt stärker oder eben schwächer. Und man sieht es jetzt auch relativ deutlich, wenn ich jetzt hier mal an und aus mache. Also so sieht das Ganze aus aus. Und wenn ich das Ganze jetzt einstelle, dann sieht man, wie auch der Hintergrund hier entsprechend verändert wird. Und was jetzt auch gerade schon aufgefallen ist, ich habe hier automatisch, wenn ich in diesem Filter drin bin, ein Pinsel aktiviert. Und wenn ich jetzt hier über das Bild mit der Maus rübergehe, dann siehst du auch schon, wie das Bild jetzt automatisch analysiert wurde und automatisch auch eine Maske drüber gelegt wurde. Und diese Maske wird jetzt hier rot angezeigt. Ich finde, dass Lumina hier einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. So ein paar Kleinigkeiten vielleicht hier mit den Haaren. Aber dafür, dass es automatisch maskiert wurde, ist das richtig gut geworden. Ich werde jetzt hier die Menge mal noch ein bisschen höher stellen. Ich stelle sie einfach mal auf plus 100, damit man wirklich perfekt sehen kann, wie dieser Effekt hier wirkt. Und jetzt kann ich als erstes hier mal die Pinselsteuerung noch einstellen. Also das heißt, ich kann jetzt hier den Radius einstellen, wenn ich jetzt hier noch etwas verändern möchte. Zum Beispiel hier in dem Bereich, das kann ich hier noch ein bisschen besser mit reinmalen. Da werde ich jetzt den Radius hier mal ein bisschen kleiner machen, auch die Weichheit mal ein bisschen rausnehmen. Und dann kann ich hier noch mal drüber malen, damit das hier auch vollständig mit drin ist. Also hier wähle ich quasi die Person aus, die von diesem Effekt ausgeschlossen werden sollen. Genauso kann ich jetzt hier auch auf Defocus stellen. Dann kann ich quasi etwas rauslöschen. Dann siehst du auch schon, dass dieser Pinsel jetzt hier eine Minusspitze hat. Und dann kann ich hier von diesem Effekt das Ganze rausnehmen. Wie zum Beispiel hier oben könnte ich jetzt sagen, ja, dieses einzelne kleine Härchen. Wenn man das jetzt nicht möchte, dann könnte man das hier rausnehmen. Zack. Und dann ist das hier entsprechend dann nicht mehr in dieser Auswahl mit drin. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen verändern. Wenn ich hier unten nämlich auf Hintergrund klicke, dann bekomme ich noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel den Hintergrund hier in der Helligkeit noch einstellen. Ich kann jetzt zum Beispiel den Hintergrund hier heller machen oder auch dunkler machen. In meinem Fall würde ich jetzt mal fast behaupten, dass der Hintergrund, wenn ich den dunkler mache, dass das besser aussieht. Weil nämlich dann natürlich die Menschen im Vordergrund noch viel besser zur Geltung kommen. Das darf man jetzt auch wieder nicht zu doll machen. Sonst sieht man es natürlich auch wieder sehr stark an den Kanten. Wie so alles würde ich das jetzt hier auch erstmal etwas reduzieren von der Stärke her. Also so minus 20 und natürlich dann auch irgendwann hier die Menge hier oben. Die müsste ich dann auch reduzieren. Aber das jetzt erstmal, damit man es besser sieht. Ich kann jetzt hier auch die Glanzlichter noch einstellen. Dann wird das Ganze hier auch wieder ein bisschen heller, wenn man das möchte. Ich kann die Farbtemperatur von dem Hintergrund noch einstellen. Könnte ich hier zum Beispiel ein bisschen wärmer machen. Würde mir, glaube ich, besser gefallen. Ja, sieht deutlich besser aus. Und eine Sache, die ich richtig schön finde, ich kann hier die Tiefenkorrektur einstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier also den Fokuspunkt quasi nach vorne oder nach hinten verlagern. Beziehungsweise die Unschärfe kann ich weiter nach vorne oder weiter nach hinten verlagern. Wenn ich das jetzt hier weiter nach rechts ziehe, dann wird der Hintergrund, man sieht es, wieder wesentlich schärfer. Und andersrum, wenn ich diese Tiefenkorrektur jetzt weiter nach links ziehe, dann wird auch das vordere Material, das vordere Bildmaterial immer unschärfer. Beziehungsweise der Hintergrund wird auch immer unschärfer. Und das ist richtig schön. Das kann ich jetzt also hier noch so ein bisschen verlagern, wie ich das gerne möchte. Möchte ich den Hintergrund eher ein bisschen schärfer haben? Oder möchte ich das Ganze hier ein bisschen weiter nach vorne ziehen und alles noch ein bisschen unschärfer machen? Ja, in dem Fall könnte man das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen weiter nach links ziehen und damit den Hintergrund noch unschärfer machen. Man muss natürlich dann immer aufpassen, dass der Vordergrund, also das eigentliche Objekt hier, davon nicht betroffen ist. Und dafür habe ich jetzt hier noch die Renderkorrektur. Damit kann ich jetzt einstellen und wenn man jetzt hier nämlich mal zum Beispiel auf die Haare guckt oder hier auf diese ganzen Render, wo dieser Effekt dann quasi übergeht, da kann ich jetzt einstellen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Sollen wir eher so ein bisschen diesen Effekt noch in die Person mit reinbauen oder soll das hier wirklich komplett, ja, gerade abgeschnitten sein, mehr oder weniger? Und so kann ich jetzt hier je nach Motiv immer noch mal so ein bisschen schauen. Ähm, möchte ich diesen Effekt so ein kleines bisschen hier mit in die Person reinwirken lassen oder soll das wirklich eine komplett gerade Kante sein? Das ist von Bild zu Bild immer unterschiedlich. Hier in dem Bild jetzt so, wie es jetzt eingestellt ist, passt das eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt mal ein Vorher-Nachher-Vergleich, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Wahrscheinlich hier oben diese kleinen Härchen, müsste ich jetzt gleich noch mal gucken, aber die sind jetzt verschwunden, also das ist nicht ganz optimal. Aber ansonsten finde ich das Ergebnis dafür, dass es AI ist und dass es wirklich innerhalb von einer Sekunde auf Knopfdruck funktioniert, finde ich das Ergebnis eigentlich relativ cool. Gucken wir uns mal weitere Bilder an. Ich gehe nochmal zurück in den Katalog. Und jetzt schauen wir uns mal etwas Schwierigeres an. Nehmen wir doch mal dieses Bild hier. Das ist auch noch, ja, Oberkörper, aber wir haben hier Fahrräder mit dabei. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob dieser Effekt auch funktioniert mit Fahrrädern, also mit was anderem als Menschen quasi. Gucken wir uns das Ganze mal an. Stellen wir die Menge hier mal wieder ein bisschen weiter nach oben. Ich packe es einfach mal wieder auf 100, sodass man es am besten sieht. Und jetzt gehe ich mal hier wieder mit dem Pinsel rein und ich sehe, dass hier auch die Fahrräder mit angewählt wurden. Zumindest zum großen Teil. Hier fehlt so ein bisschen was. Hier müsste man ein bisschen was rausnehmen. Aber grundsätzlich ist erstmal die automatische Steuerung gar nicht so schlecht. Ich müsste jetzt hier mit dem Radius mal noch so ein bisschen, die Weichheit nehme ich jetzt hier mal so ein bisschen raus. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier mal noch mit reinmalen, dass das Ganze, ja müsste ich jetzt ein bisschen genauer arbeiten. Aber theoretisch könnte ich das jetzt hier alles noch ein bisschen mit anwählen, dass das von dem Effekt quasi ausgeschlossen wird. Und andersherum kann ich jetzt hier mal auf die Fokus stellen. Ich mache den Radius jetzt mal noch ein bisschen kleiner hier. Die Pinselspitze noch ein bisschen kleiner. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mal diese Speichen hier zwischen den Speichen das Ganze wieder so ein bisschen rausmalen. Wie gesagt, müsste man jetzt sich viel mehr Zeit nehmen und wesentlich genauer arbeiten. Aber nur damit du mal eine Idee davon bekommst, was hier mit diesem Tool möglich ist. Also theoretisch kannst du hier auch wirklich ganz präzise arbeiten und diesen Effekt dann so bauen, wie du ihn brauchst. Ich finde aber grundsätzlich erstmal, dass dieser Effekt, dieser automatische Effekt, diese automatische Auswahl, die funktioniert bei Lumina richtig gut. Und zwar nicht nur in diesem Tool, sondern ja auch generell. Auch wenn man zum Beispiel Himmel erkennen möchte und Himmel automatisch bearbeiten möchte und so weiter. Da funktioniert diese Maskierung echt gut. Dann können wir jetzt hier auch wieder die Helligkeit im Hintergrund ein bisschen runternehmen. Dass man sich jetzt hier ein bisschen mehr auf den Vordergrund konzentriert. Und dann könnte man natürlich auch hier wieder mit der Tiefenkorrektur arbeiten. Möchte man das eher ein bisschen unschärfer oder ein bisschen schärfer haben. Und auch mit der Renderkorrektur dann noch arbeiten. So, gucken wir uns mal noch ein Bild an. Jetzt machen wir es mal noch ein bisschen schwieriger. Jetzt nehme ich mal diese Fahrradfahrer hier. Und ich habe hier noch relativ viel Vordergrund. Und jetzt möchte ich einfach mal ausprobieren, wie das Ganze hier funktioniert. Weil ich habe nämlich so den Eindruck, dass hier immer der Hintergrund quasi nur unscharf gemacht wird. Nicht aber der Vordergrund. Man sieht auch hier wieder, ja, die Fahrräder oder die Fahrradfahrer mit ihren Fahrrädern sehr gut automatisch maskiert. Aber das Problem ist jetzt einfach, und ich mache jetzt diese Menge hier mal wirklich auf plus 100. Dass der Vordergrund nicht unscharf gemacht wird, sondern immer nur der Hintergrund. Möchte ich jetzt hier mal die Tiefenkorrektur noch ein bisschen verstellen. So, ja, okay, jetzt zwischen den Speichen ist es natürlich nicht ausgewählt. Aber ihr seht jetzt das Problem. Ich habe es jetzt mal ganz, ganz krass übertrieben. Jetzt sieht das natürlich auch so aus, als würden die Fahrräder hier schweben. Das Problem ist jetzt nur, der Vordergrund bleibt quasi scharf. Der wird nicht unscharf gemacht. Und wenn wir jetzt simulieren wollen, dass wir mit einer offenen Blende fotografiert haben, gerade in diesem Fall müsste natürlich der Vordergrund auch scharf sein, weil nämlich der Fokuspunkt ja hier auf den Fahrradfahrern liegt. Und ich ja relativ bodennah auch war. Aber man sieht es ja hier auch, dass der Vordergrund hier schon wieder leicht unscharf ist vom Fotografieren her. Und ja, das wird jetzt hier in diesem Tool noch nicht angeboten. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt weiterentwickelt wird und in den kommenden Versionen vielleicht dann auch sowas kommen wird. Man muss aber natürlich auch zur Verteidigung von Lumina sagen, dieses ganze Tool ist nicht darauf ausgelegt, solche Bilder da den Hintergrund unscharf zu machen, sondern es ist ein Porträt mit Bokeh AI. So heißt das Ganze auch. Das ist jetzt hier kein Porträt mehr, sondern das ist quasi ein Werbefoto oder sowas in der Art könnte das sein. Aber auf jeden Fall kein Porträt. Von daher, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Es funktioniert aber insgesamt, wenn man Ganzkörperfotos macht, nicht so gut, dass dann der Vordergrund auch unscharf gemacht wird. Da hoffe ich drauf, dass das vielleicht in Zukunft noch passiert, dass man auch Ganzkörperfotos dann so entsprechend bearbeiten kann. Aber das ist jetzt hier erstmal so der aktuelle Stand, den ich persönlich schon sehr, sehr gut finde. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, das ist nicht jedermanns Sache. Also die meisten Menschen fotografieren natürlich lieber gerne einfach offenblendig. Das ist jetzt was, wenn man etwas zum Beispiel noch offenblendiger wirken lassen möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel schon mit einer relativen Offenblende fotografiert hat und trotzdem den Hintergrund noch unschärfer machen möchte, dann ist das eine gute Wahl. Oder du hast zum Beispiel nur ein KIT-Objektiv zu Hause und möchtest aber deine Fotos trotzdem noch ein bisschen im Hintergrund unschärfer machen, dann ist das natürlich eine super Sache. Insgesamt würde ich dir natürlich aber immer empfehlen, das Ganze fotografisch zu lösen, wenn es irgendwie funktioniert. Luminar ist ja dann für die Bildbearbeitung danach zuständig, um die Fotos noch zu optimieren. Aber natürlich immer mein Rat, das Ganze vorher schon so optimal wie möglich zu fotografieren und dann nur kleine Anpassungen in der Bildbearbeitung zu machen. Weil je weniger Anpassungen man in der Bildbearbeitung macht, umso weniger sieht man es natürlich auch am Ende. Das ist ganz klar und ich denke, das ist auch jedem von euch bewusst. Soviel also zu meiner Meinung zu dem neuen Porträt mit Boki AI. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare posten. Ansonsten, wenn ihr Luminar AI ausprobieren wollt, gibt es unter dem Video einen Link. Das ist ein Affiliate-Link, sage ich ganz offen und ehrlich. Also falls ihr Luminar AI kauft, dann gibt es unten auch einen entsprechenden Code. Da könnt ihr nochmal 10 Euro sparen und ihr unterstützt meinen Kanal damit auch ein bisschen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünscht ihr jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.